Moin liebe Freunde und willkommen zu einer kleinen Runde auf dem PBE. Wir probieren heute Thalia aus, dem neuen Champion von League of Legends. Wir spielen die ganze, wir spielen die Süße im Jungle mit dem Freljord-Skin. Wer die Geschichte gelesen hat, weiß ja, die hat ja so eine Verbindung zu Freljord. Nächstes Ziel sozusagen. Mit dabei sind einmal der Ace, sein YouTube-Kanal selbstverständlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Als auch der gute alte Tobi und, ich hab die Namen ausgeblendet, das ist ganz, ganz schlimm bei mir, der Boosted Marksman. Hi, hi. Hi. Ich bin neu, yay. Ich bin neu hier. Also wie gesagt, dass der Skin so sieht, die eigentlich nicht aus, sieht eigentlich wesentlich brauner aus. Hadouken! Störb, stirb. Also ich hab Sustain von so einem, weiß ich nicht. Okay, ich bin nicht. Junge. Was hab ich denn mit Backport-Animation? Ich werde sterben, ich werde gerade sterben. Ich hab überlebt. Das war echt knapp. Also ich weiß nicht, ob man sie wirklich langfristig im Jungle spielen sollte. Auf jeden Fall nicht so, wie ich sie geskillt habe. Kann dieses Ding eigentlich reaktivieren? Diese, diese Ringen, die du legst? Oder musst du warten? Ja, die, weiß ich nicht, ob die... Ich glaube nicht. Ich glaube, die muss ich warten, da muss ich warten, glaube ich. Okay. Ich kann den auch wegpushen, das ist ganz chillig. Aber ist definitiv super mana-abhängig, bist du damit. So, ich geh mal weg, hab wieder Kohle am Start. Nice, easy. Sagt er und steht im Jungle-Afkar. So, endlich Level 6. Nice, Leute. Ganz normal, also wirklich, der Jungle hat hier einen großen Impact gerade. Also ich weiß nicht, was ich hier wieder zauberer aus meinem Hütchen. Das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Ich wollte gerade sagen, solche Sachen gibt es. Prime example of how to not. Aber die Chalia hat es mindestens erfasst, ne? Ulti-Move nach unten, oder? Wie weit gehen die Ulti eigentlich? Ich glaube, das klappt nicht so weit auf Level 1. Na, ungefähr wie die erste Stufe Nocturne-Ulti, also nicht so viel. Oh mein Gott. Du stirbst. Easy! That's how you really play, bitch! Oh mein Gott, ich bin fast tot. Oh, oh, the epic battle. Oh, lol. Ah, du machst das. Lol, okay, das ist mit... Lol, das ist mit... Also die Ulti wollte ich gerade machen, aber die ist mit Verzögerung. Ey, ich konnte dir nicht helfen, wenn du nur Ulti. Lol, Alter. Okay, ich stehe schon 2-0. Ja, das war mein Schuld. Ich dachte, aber ich mache ganz guten Schaden. Aber nur dann, wenn ich wirklich meine Q mache, und dann bin ich aber viel zu früh tot. Einmal-Effekt. Oh, passt auf. Die Drakes hat wahrscheinlich... Die wollen den Drakes wieder, ne? Wer kommt denn da? Der Erddrache. Sehr cool. Komm so schnell wie möglich. Bin unterwegs. Los! Oh, jetzt, jetzt, jetzt! Oh nein! Jetzt wollte ich cool sein. Kannst du den irgendwie stunnen? Ich stehe erst 0-3, Leute. Alles ist geplant. Was hat die denn da für ein Hack-Tech-GLP-Noch-Was-Item? Ja, das sind die neuen Items. Diese blöden Hack-Tech-Items? Warum hat die das? Ähm, die wollte sowas probieren. Das ist voll geil. Ich glaube es nicht. Ich habe jetzt Runix Echo erst. Also ich weiß nicht. Gangs sind damit bestimmt stark, aber man sollte sie nicht im Jungle spielen. Ja, du musst dann halt Dings mitnehmen. Nein, das ist falsch. Ähm, das ist ein Giant of the Aegis. Wie mit allen... ...Squishy AP-Jungle halt. Ich komme, bitte. Klar. Oh mein Gott, der Fizz wird mich so nehmen, ne? Ja. Feier, geier, geier, geier. Nee, Alter, die macht mich so kaputt. Lass mal hier... Wir können die Mod-Lane holen. Ja, lass sie mal richtig... Schlimme Dinge anstellen. Mit denen. Oh ja! Ich komme da nicht durch. Du weißt jetzt, dass ich hier nicht durchkomme. Ich dachte... Da oben wird gerade schon abgefrüßt. Oh! Ich fand die Idee war gut. Ich fand die Idee war gut. Die Idee war cool. Das kommt auf den Willen an. So, wollen wir mal ran hier? Premium, was ihr da macht. Premium 1A. Wo bleibt ihr, ey? Der geht mit dem Fizz auf. Was braucht denn der? Der wird hier weggebumst. Ich wollte Trance Blade. Die alle kommen. Die alle kommt. Oh mein Gott, der damage ist ja... Alter. Ihr fickt mich. Please report me oder sowas. Guck mal, jetzt muss der hier... Der Fever of Battle... Der Fever of Battle... Seht ihr das? Report... Ist geslowed. Ich bin tot. Ich war der Fisch. Nein! Nicht schon wieder die ganze gleiche Scheiße. Ich will nicht 08 gehen. Los, ich los. Und wie funktionieren diese Steinscherben? Deine Q? Die machen meistens Damage. Easy kill! Oh, 1-7, Junge! Erste kill. Easy. Jetzt ist er im Game. Jetzt bin ich back in game. Jetzt carry. Jetzt zieh ich die Carrypans an. So, bitches. Willkommen beim Italia-Guide. Wie ein Jungle. Wird bestimmt nur viel geklickt. Krieg ich nur die Hasskommentare des Lebens. Ja, überhaupt. Ja. Du bist so bad. Du suckst richtig balls. Wie kann man nur so schlecht sein? So OMG Noob reported. Ich glaube, wenn man die kann, dann geht das auch voll ab. Aber ich kann es einfach nicht. Ist aber das erste Spiel mit der alten. Damage, Alter, wie sie sich beide belegen. Bam, 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 bam! So nicht. Legendary, Mann. So nicht. Oh, guck! Hast du den Play gesehen? Ne, mach mal. Oh, hier, die macht ihr ja. Die macht ihr ja. Schaden. Mach die mal weg. Hey, 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 bleib mal hier. Mittel. Alter, das ist wirklich. What the fuck? Der Hellkinder. Lauf. Warum? Ich verstehe nicht, was da gerade passiert ist. Ey, warum? Ich habe nichts gemacht. Ich schwöre. Warum funktioniert das manchmal? Why? Why? Warum? Warum hat das nicht funktioniert? Kann mir das jemand erklären? Da steht. Create your dual. Recast immediately to ride ahead. Achso, ich muss doch nochmal recasten. Hab ich doch gesagt, du Jörg. Oh, nein. Ich, kleiner. Was los? Das hat sich jetzt einmal gesagt. Aber jetzt erklärt das mir, die Hälfte von meinen Toten erklärt mir das jetzt. Alter. Warte mal. Warte mal. Hashtag. Jukes. Ich bin da. Ich bin da. Ist also gar kein Problem. Ich bin da. Okay, never mind. Kogma, warst du zu hart aus. Alter. Loll. Ist sich. Der Junge, ey. Ist doch nicht immerhin gekommen. Was ist mit Kogma am Start? Ist ege easy. Schade. Fässer auf Betten konnte uns nicht parryen. Ja, liebe Freunde. Man muss nochmal verlieren können. Aber das war ja alter Schwede. Mit Anlauf. Mit Sprungkick ins Gesicht. Aber sowas von. Wir gucken uns mal den gedealten Damage an. Ob wir von Nautilus sind. Ich glaube nämlich nicht. Das ist der Damage-Graf. Qualität. Und der Healing dann. Bin ich auch ganz oben. Hä? Heizt euch denn. Bitte? Womit heizt du dich denn? Kein Plan. Aber ich bin ganz oben. Lange Item. Und? Lange Item System. Damage Taken. Da bin ich bestimmt auch ganz oben. Ja. Ich bin überall ganz oben. mit dabei. Das war von außen. War das vielleicht ein schlechtes Spiel. Aber es kommt nicht darauf an. Was man sieht. Sondern was am Ende da steht. In diesem Sinne. Wünsche ich euch einen ganz schönen Tag. Talia. Bis scheiße. Tschüss. Tschüss. Tschüss.